Hey Freunde, damit kommen wir zur Pitstop-Herausforderung, Phase 2 von 5. Zurückgelegte Distanz während einer Fahrt in einem Fahrzeug. Insgesamt müssen wir da 500 Meter zurücklegen. Ich zeige euch kurz, wo ihr das am besten macht. Landet dazu am besten hier unten bei Catty Corner an der Tankstelle, denn dort haben wir immer einen Truck, der vollgetankt ist. Bewegt euch da einfach hin, schnappt euch hier den Truck und fahrt dann einfach in Richtung Misty Meadow hier links runter. So, dann fahren wir hier über die Brücke. Und nach Misty Meadow rein. Sobald wir in Misty Meadow drin sind, also beziehungsweise so ziemlich mittig, haben wir die Herausforderung dann auch schon abgeschlossen. Passt auf Gegner auf, nicht dass die euch die Reifen zerschießen zwischendurch. So, jetzt fahren wir hier einfach rein. So, und sobald wir hier durch sind, zack, wie ihr seht, haben wir damit die Herausforderung dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao. Tschut. Bis zum nächsten Mal. Tschut. 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 Tschut.